Sweepy, ein Airracer aus dem Jahr 1946, habe ich konstruiert in Diebronn. Hat einen kleinen Vogelman, doppelt abgestuftes, also ein beidseitig abgestuftes Profil und wird mit einem 3S 1200 mAh Akku gemeinsam mit einem 60 Gramm bürstenlosen Außenläufer an einer 8x6 Luftschraube, aber ganz ordentlich befeuert kann man sagen. Ich habe die Kiste so weit eingestellt, wie ich glaube, dass sie fliegen könnte. Ausschläge so nach Augenmaß, den Schlepppunkt nach Augenmaß, ich kann sowas gar nicht berechnen, ich mache das immer, wie ich so meine. Und da, schauen wir mal, ich flieg's mal. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020